warum 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 und in diesem fall geht es beim warum darum und zwar warum du eigentlich zugenommen warum reibst du keinen sport mehr warum hast du in den letzten fünf jahren oder in der letzten zwei jahren in beim c thema warum dazu genommen gibt es einen grund warum du zugenommen hast oder gibt es einen grund warum die letzten zehn jahren 20 25 kilo zugenommen hast kennst du diesen grund spannende frage denn auf was möchte ich jetzt raus in der regel ist ja nicht so dass wir sagen und auf einmal habe ich 20 kilo zu viel sondern es hat ja einen grund es geht da irgendwann einmal geht es los dass wir an gewicht zu legen und da ist auch die ganz große frage was ist denn da für der auslöser ist dafür der auslöser dass wir keinen plan haben dass wir nicht wissen dass das was wir essen zu übergewicht führt ist es uns nicht klar dass die zwei flaschen bier am abend oder die zwei gläser wein am abend dann gegen abend noch die chips und die völlerei und die zu vielen einfachen kohlen in form von pizza pasta und co in zu großen mengen die süßigkeit was man da ist ist es uns einfach nicht klar dass es zum gewichtszunahme führt natürlich ist uns klar wir wissen das ganz genau dass das was wir da tun nicht gut ist für unsere gesundheit mit uns trotzdem zumindest auch die große frage erstmal warum tun wir das obwohl wir wissen dass es uns nicht gut tut ja es ist ein schleichender prozess 20 kilo hat nicht von heute auf morgen noch rippen sondern es dauert ein bisschen somit kommt man es nicht mit die schleichen sich so von hinten an die bösen kalorien und hängen sich an unsere hüfte und sagen so ich habe ein neues zu hause das ist die spannende frage die spannende frage ist warum passiert das überhaupt was war der auslöser und auf was möchte ich raus ganz einfach schau doch mal wenn die irgendwann einmal normalgewicht gehabt haben vielleicht mit 25 und irgendwann mit 35 40 haben wir 15 20 25 kilo zu viel bei den frauen 10 50 zu viel bei den vielen männer 20 25 zu viel was war der auslöser das warum warum ist das passiert jetzt müssten wir doch eigentlich nur folgendes machen wir müssten doch nur folgendes tun wir müssten einfach und zu überlegen was waren die auslöser müssten die ausleser auslöser müssten wir einfach eliminieren wir müssten die erstmal finden was war der auslöser und eliminieren in der regel ist es so die meisten wenn sie etwas jünger sind dann haben sie natürlich noch keine feste beziehung im job ist noch so dass noch nicht klar die orientierung da ist ja und dann irgendwann kommt der punkt sie gehen über in eine familie sie gehen über in die ja business planung haben dann auf einmal viel zu tun haben zu hause noch eine familie das bedeutet der bewegungs radius wird weniger am wochen ist man eher zu hause man bewegt sich nicht mehr zu viel man arbeitet sehr viel kommt nach hause und ja ist in der familie ist etwas mehr also das ist schon mal ein auslöser der bewegungs radius lässt nach wir bewegen uns einfach viel weniger wie im bereich der 20 25 jährigen das heißt der tagesablauf ist bei jemanden der 30 35 40 45 50 ist ein ganz anderer tagesablauf er geht nicht mehr auf die straße in form von party machen er geht nicht mehr in die nachtclubs das sind alles schon mal mechanische stressfaktoren die wegfallen ja das sind für den körper mechanische stressfaktoren die verbrauchen energie die fallen schon einmal weg was macht dann noch der familienvater geschäftsinhaber da geht natürlich ist familiär ist da viel mehr es steht viel mehr auf dem tisch dann geht er natürlich auch regelmäßig im business kontext zu essen das bedeutet der bewegungs radius lässt einmal nach wenn wir älter werden und die gesamtkalorien werden meistens angehoben und da kommt noch dazu dass die kalorien auch noch in der regel etwas ungesünder werden das ist ein ganz normaler verlauf jetzt müssten wir eigentlich nur hergehen und sagen okay also ich bewege mich jetzt wieder mehr und es mal ein bisschen weniger vor allem es sich von gewissen dingen etwas weniger was ich früher vielleicht gar nicht so gegessen habe was ich damit sagen möchte ist wir müssen erst mal überlegen bevor wir in die umsetzung gehen in die neue struktur gehen erst mal überlegen was war denn eigentlich der auslöser was ist denn überhaupt passiert dass wir letztendlich zugenommen haben und wenn wir das erfasst haben dann haben wir schon mal ganz klar die auslöser und wenn wir diese auslöser eliminieren dann wird sich schon mal viel tun und das ein oder andere pfündchen wird ohne großen aufwand verschwinden und dann haben wir natürlich auch noch folgendes muster entdeckt wir wissen dann für die zukunft was sind eigentlich unsere auslöser die schreiben wir uns natürlich einmal auf was waren die auslöser für die gewichtszunahme aha ich habe mich weniger bewegt ich war wenig unterwegs ich war gemütlicher ich habe mehr gegessen ich war mehr auf geschäfts essen ich habe im geschäfts essen an der struktur gegessen ich habe andere mahlzeiten genossen viel mehr mahlzeiten mit erhöhtem energiezufuhr in vorn von kohletraten ich habe abends im verhältnis mehr gegessen ich habe irgendwann aufgehört zu frühstücken weil ich ja keine zeit mehr habe weil es ja im business viel wichtiger war dass ich schnell arbeiten gehe ich habe angefangen mittags nicht mehr mich hinzusetzen zum essen mir zeit nehmen sondern ich habe alles do go gemacht und habe dem business viel mehr aufmerksamkeit gewidmet als früher also habe ich schon mal die auslöser ertappt und die schreibe ich mir auf damit ich in zukunft weiß wenn es wieder losgeht das sind die auslöser achte darauf dass dir das nicht wieder passiert und dann wenn ich diese basis habe dann habe ich auch die chance langfristig genau diese verhaltensmuster durch neue verhaltensmuster zu ersetzen bis diese neuen verhaltensmuster routiniert verankert sind dauert das halt mal mindestens 18 bis 12 wochen in der zeit ist es wichtig dass man diese routine nicht verlässt dass man dabei bleibt und dann hat man irgendwann wieder einmal die klare struktur erfasst und die ersten fünf bis zehn kilo gehen ganz locker von der hüfte denn dazu gehört jetzt noch nicht ein komplettes switch des bett der persönlichkeitsstruktur sondern einfach nur die dinge die wir kennen die wir neu dazu genommen haben die werden wir anpassen werden wieder verändern und schwuppdiwupp haben wir schon die ersten paar fündig wieder weniger irgendwann kommt der punkt natürlich dass eben es nicht mehr weitergeht dann kann man sagen so jetzt überlege ich mir wie gehe ich weiterhin klug vor was muss ich noch weiterhin verändern okay also ich habe schon acht bis zehn kilo abgenommen es geht nicht mehr weiter jetzt mache ich mir mal ein ernährungsprotokoll über drei tage setzen profi einen sagt pass mal auf schau dir mal das ernährungsprotokoll an kannst du mir helfen dann das bewegungsprotokoll dazu und dann noch mal eine nährstoff berechnung grundumsatz für kalorien braucht man leistungsumsatz in form von arbeit und sportumsatz alles mal berechnen lassen abgleichen mit ernährungsprotokoll feststellen wow du hast ja gar kein großes kaloriendefizit mehr du bist nur noch bei null auf null oder 150 kaloriendefizit okay etwas mehr sport betreiben anstatt zwei einheiten gehen wir jetzt mal hoch auf drei einheiten und im ernährungsbereich wird ganz klar strukturiert wie viele kalorien brauchen wir jetzt tatsächlich wie viele kalorien von kalorien sollten kohlenhydrate sein aus welcher art von kohlenhydrate bestehen glykämisch niedrige last natürlich protein bedarf bestimmten fett bedarf bestimmen die art des fettes bestimmen zack dazu noch die genauen informationen wenn ich trainiere was sollte ich trainieren soll ich eher die weißen muskelfasern trainieren soll ich eher die roten muskelfasern trainieren wie viel wiederholung sollte ich machen wie viel cardio sollte ich machen welche herzen wenn sollte ich mich befinden das sind dann alles die werte danach kommen nachdem wir erst einmal herausgefunden haben warum kam es denn überhaupt zu diesen 10 15 25 übergewicht und dann diese auslöser ganz klaren journal eintragen ganz klar fixieren und wissen warum es passiert diese ändern und danach kommt die nächste struktur das ist eine sehr kluge vorgehensweise was auch ganz gut funktioniert das habe ich mit einigen meiner coaches schon gemacht und zwar du machst ein ernährungsprotokoll und schaust dir einmal an auf dem ernährungsprotokoll wenn du drei tage geführt hast zwei tage unter der woche ein tag am wochenende dann hast du so einen querschnitt wie du dich ernährst dann gehst du mal her nimmst einen grünen stift und nimmst einen roten stift mit dem grünen stift und da streichst du alles was unter verdacht steht dass es gesund ist und mit dem roten stift unter streichst du alles was unter verdacht steht nicht gesund zu sein dann schaust du das blatt papier an oder die drei mal die drei tage ernährungsprotokolle wirst feststellen oh schwupp da sind ziemlich viele rote sachen drauf und überlegst du dir wie kannst du die roten dich eliminieren kannst du es ersetzen das rote durch was anderes oder kannst du tatsächlich auch das rote verzichten wirst du feststellen auch hier ist es nicht so schwer weil man letztendlich viele parameter findet viele punkte findet man sagt ja da könnte ich auch darauf verzichten was wir alles essen wie gesund und ungesund das ist das stellen wir tatsächlich erst fest wenn wir ein ernährungsprotokoll führen in meinem coaching bekomme ich immer ein ernährungsprotokoll über drei tage bei man ganz schwierigen fällen auch über fünf tage da muss immer ein wochenendtag mit dabei sein und natürlich zwei regeltage in der woche und vielleicht ein noch ein besonderer tag wenn man im außendienst ist und da kommt dann immer wieder die aussage andreas nachdem ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe was ich esse muss ich selbst feststellen was habe ich alles gegessen was habe ich alles getrunken das gibt es ja gar nicht das wird einem erst dann bewusst wenn man es bewusst aufschreibt denn viele dinge auch im essverhalten auf unterbewusst ab wir greifen unterbewusst zum keks wir greifen unterbewusst zum süßen getränk wir greifen unterbewusst noch einen teller mehr wir greifen unterbewusst ganz oft trinken wir mal ein gläschen wein oder dann noch ein gläschen wein und da noch ein bisschen was und da noch ein schokolädchen und da noch ein bisschen was und schwuppdiwupp haben einfach 500 600 kalorien zu viel zugeführt was wir tatsächlich essen sollten und könnten das führt natürlich dahin wo wir nicht hin möchten zum übergewicht oder einmal aufschreiben ein sogenanntes bewegungsprotokoll machen eine woche lang mit einem tracker zu tracken wie viel bewege ich mich überhaupt wie viel sport habe ich überhaupt gemacht und stellt man fest wow 10.000 schritte sollte man am tag auf jeden fall haben dreimal sport mit circa 500 kalorien energieverlust was man über den sport auch wäre auch sinnvoll dann stellen wir fest auch bei diesem protokoll da stimmt was nicht das ist viel zu wenig und so findet man schnell heraus an was es liegt dass wir zu viel auf die waage bringen dass wir eben dieses gewichtsproblem haben und alle krankheiten die mit dem gewichtsproblem in verbindung stehen wie bluthochdruck cholesterin wert zu hoch purinwerte zu hoch gelenksprobleme entzündungsprozesse im körper herzprobleme die ganzen geschichten diabetes vorstufe zum diabetes wir gehen zum arzten arzt sagt oh ihr nüchtern zuckerwert ist aber niemals so besonders gut das sind so die alles die kleinen wahrzeichen die wir dann entdecken und dann wisst ihr wie könnte man strategisch dagegen vorgehen und jetzt kommt die spannende frage die ich immer wieder höre andreas ist es toll dass du uns solche tolle 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 tipps gibt gibt aber glaubst du wirklich dass ich mir die zeit nehme mich um diese sachen zu kümmern glaubst du wirklich ich 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 lote mein ich rechne mein eigenes ernährungsprotokoll aus glaubst du wirklich dass ich die zeit habe die zeit nehme es zu tun werde ich nicht tun deswegen brauche ich jemand der mich dabei unterstützt dass ich nicht hier unnötig irgendwelche zeit verheize die letztendlich nichts bringt und genau aus dem grund kannst du jetzt nicht fragen indem du in den show notes und bemerkungen findest du meine seite andreas-trienbacher.com und da gehst du rein und suchst dir deinen wunschtermin raus klickst dann schreibst deine e mail adresse rein deine händen nummer rein und dann sind wir in kürze gemeinsam an einem tisch entweder digital per zoom oder google meets whatever oder auch direkt live bei mir hier vor ort und haben wir unser vier augen gespräch unser strategie gespräch dass sich nichts kostet erst mal unverbindlich ist in diesem gespräch schauen wir welche strategie gehen wir bei dir an dass du zu deinem thema gewichtsreduktion mehr bewegung besseren schlaf und stress management wie gehen wir bei dir am besten vor welches ist die wichtigste baustelle und dann hast du die garantie dass du das wissen von über 30.000 erfolgreichen beratenden coaches hast und dass du garantiert alle antworten auf deine fragen sind thema sind gelöst du musst nicht mehr darüber nachdenken du musst nicht mehr darüber nachdenken was muss ich essen du musst nicht mehr darüber nachdenken welche art von training welchen puls brauche ich welche übung brauche das ist dann hinfällig diese arbeit nehme ich dir ab du sollst nur noch tun um dich um dein business kümmern damit du in deinem business mehr erfolg hast das ist mein angebot an dich so jetzt bist du dran jetzt bist du dran einmal eintragen und haben wir ein kürzes vergnügen miteinander bis dahin wünsche ich dir alles gute bei immer was alles gute viel gesundheit und vor allem viel erfolg bei allem was du tust bis dahin